Musik Herzlich Willkommen Leute zu einem kurzen Zwischen Case Opening Hat wie so Zwischen Case Opening, weil eigentlich mache ich ja meine Weihnachts Special Aber hier haben wir noch ein spezielles, spezielles Case Opening The Bost LP hat mir 20 Euro Steam Guthaben gegeben Und davon habe ich hier mal 8 Shadow Keys und Shadow Cases geholt Vielen, vielen Dank Bost LP für deine Unterstützung und dieses gesponsorte Case Opening Wir schauen mal rein, ob du uns Glück bringst Ja, wir nehmen Shadow, weil ich immer noch Shadow Dagger möchte Ich möchte ein paar Shadow Dagger haben Und wir haben heute übrigens Freitag den 13. Ja, also ihr seht es hier am 14. Aber ich habe es am Freitag den 13. aufgenommen Denn ich glaube, ich habe dann heute so viel Pech, dass ich wieder Glück habe Denn sogar der Early Boy hat es geschafft, heute ein Messer zu ziehen Und das macht mich sehr traurig Ja, das macht mich sehr traurig, weil ich keins ziehen werde Ich finde die hier vom Skin her so geil, die hätten auch Red sein können Ohne Scheiß, ich mag die Dueling Dragons Die sind einfach sick Oh Gott, McTenran Jean Und jetzt nochmal die Duel Brattas Wie gesagt, ist ein Quick Case Opening Jawohl, Nebula Crusader Und wenn ihr mehr Case Opening sehen wollt Ja, dann lasst doch einen Daumen da Würde mich sehr freuen Dann sehe ich auch, dass euer Interesse hier, wie ich mein Geld waste, immer noch vorhanden ist Messer, Messer, Messer Los, Gaben Let's go Jeder hatte heute Glück Ich doch auch mal Scambi Das ist eine Message, Alter Gaben will mir eine Nachricht schicken To Bangaloo Ich kriege nie mehr Knife Ich werde nie wieder einen Knife ziehen Und er zieht einfach einen Bayonet Marble Fade in FN Und ich kriege gar nichts Stone Cold Battlescard Austin Oh ne, doch nicht Sieht gar nicht schlecht aus Äh, viel testet Natürlich viel testet Bäm, bäm, bäm Berederederedem Kobalt Core Jawohl, jawohl Ziemlich gut Ne, eigentlich nicht Leute Wir machen's so Ich hab die letzte Kiste noch nicht aufgemacht Aber jetzt ist es auch egal Da sind eh keine Shot of Deckers drin Und wenn doch Dann hab ich jetzt halt Pech Das wird ein Special Paket Die Eins, zwei, drei Die acht Waffen, die ich hier gezogen hab Die gehen auch in so ein Weihnachtstürchen Wenn dieses Case unbedingt 1000 plus Likes bekommt Von daher Let's go Und viel Glück euch allen Und hier Herzlichen Glückwunsch zum Knife Denn ich krieg keins Deswegen werdet ihr jetzt eins kriegen Stattrack Survival Z Die ist aber gar nicht schlecht Ich mag das Survival Z Und dann noch ein Stattrack Infactory Nav Ja, was ist die denn wert Weil das ist eigentlich ganz cool Stattrack Survival Z Ja Let's go Alter, das ist immer noch ein Euro 70 Ne, ist das nicht geil Und das ist ein kleines Türchen Wenn es euch gefallen hat Lasst einen Daumen da Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Macht's gut Bis zum nächsten Mal Und ciao Ciao Bis zum nächsten Mal.